Alles, was wir für unsere Kunden machen, ist immer komplett transparent. Die Obermatt-Methode zeichnet sich dadurch aus, dass wir etwas nicht selber beurteilen, sondern nur mit anderen Sachen vergleichen. Wir schauen nur, wie viele Unternehmen in diesem Bereich typischerweise gewachsen sind und schauen dann, wo sich das Unternehmen einräht. Ist es eher über oder eher unter dem Schnitt? Die Art und Weise, wie wir zur Erkenntnis kommen, ist extrem schön. Es ist sehr schlicht und elegant. Wir machen das für über 50 Aktienmärkte weltweit. Das sind knapp 10'000 Firmen.